Willkommen bei der Silva Assi. FAQ, was haben wir? April 2022. Wir haben wieder mal eine Menge zu besprechen und vorab zwei Dinge. Teil 1, was richtig, richtig böse nach vorne gegangen ist die letzten Tage. Das waren die T-Shirts, die ich euch gezeigt habe. Ich habe mal mein Shirt hier. Diejenigen, die auf Facebook, Instagram und so weiter nicht unterwegs sind. Hier sieht man das. Das hat die Tina mit ihrem Mann Stefan entworfen. Ihr Mann Stefan fährt bei mir in der Crew so mit. Die haben einen Plotter und die können sowas machen. Die T-Shirts hat jeder selber besorgt. Deswegen habe ich auch ein graues und die Rest eigentlich fast alle ein schwarzes. Arne hat ja seins auch mit The Doctor bei Facebook und so weiter gepostet, was ich sehr geil fand von ihm. Muss ich echt sagen. Auch farblich sieht das richtig geil aus. Und ich möchte halt einmal auch erwähnen, das kann man bei Tina so kaufen. Ihr müsst sie einmal kontaktieren. Den Link zu ihrem Instagram Profil habe ich euch in die Beschreibung gepackt. Und also qualitativ wirklich richtig gute Arbeit. Hier auf dem Ärmel haben wir noch Bash Crew drauf. Und ja, beim Polo Shirt war es das. Beim Pullover steht hier auf dem Ärmel glaube ich auch noch irgendwas drauf. Da steht es an der Kapuze. Ja, an der Kapuze hier oben. Und ich glaube hier auf dem Ärmel steht es auch noch drauf. Hier so runter. Okay. Irgendwas steht auf dem Ärmel aber auch noch drauf. Ich zeige das nochmal. Ich gehe auch mal in meine Nähe ran. Das haben die beiden wirklich gut gemacht. Das sieht schon cool aus. Und so in der Art, also diese Schriften und so weiter, das macht sie nicht. Das ist exklusiv für uns halt. Aber vom Prinzip her kann man sich da selber auch Gedanken machen. Wie Stefan mir schrieb, das ist schon krass. Die Jungs wollen alle das, was du trägst. Ja, das verstehe ich bis heute nicht. Das kann ich auch nicht verstehen. Trage Tom Taylor. Der hat doch noch ein hässliches Grünes. Ich finde das nicht hässlich. So, also zweites Ding. Ich habe einen netten Kommentar bekommen, dass ich meine Autos ja gar nicht ordentlich testen würde und ja nur auf Sand fahre und so weiter. Ich kann diesen blöden Kommentar aber nicht wiederfinden. Sonst hätte ich da auch mal ein paar ernste Worte drunter geschrieben. Ich fahre jedes Auto an diesem Bashport. Also habe ich ja eine gewisse Relevanz, was diese Autos können. Ob das ein Koralli, ein Traxxas, ein Arma, ein Team Magic ist, ist scheißegal. Die müssen alle da durch. Die müssen, und bei Arne und Stefan und Sascha und Flo ist das ja genau das Gleiche. Die müssen da alle durch das Gleiche Prozedere mehr oder weniger durch. Und daher kann ich diese Argumentation noch nicht verstehen. Wenn ihr natürlich auf, ich betreibe das jetzt ganz bewusst, auf Asphalt fahrt oder in Skatepark damit fahrt, ist die Belastung natürlich immens höher. Aber ja, da kann ich ja nun mal nichts für. Ich habe meinen Bashport, besteht nun mal aus Sand. Das ist super für mich. Aber ich kann es ja nicht ändern, wo euer ist. Also tut mir leid. Solche Kommentare kann ich nun gar nicht nachvollziehen. Und ich habe nun mal das Glück, dass ich hier auf dem Land lebe, wo wir innerhalb von wenigen Kilometern sowas erreichbar haben. Da bin ich auch total froh drum. Also manche Leute kann ich dann auch nicht so ganz verstehen. Und ja, ich weiß, ich werde jetzt wieder einen Kommentar kriegen. Ich deaboniere dich und so weiter. Ja, dann mach das doch. Dann guck doch bei Baby German R7. Ach, der fährt ja auch auf Sand. Der guck doch bei Aussie. Ach, der fährt auch auf Sand. Die fahren irgendwie alle auf Sand. Ja, merkst du was? Ich muss diese Karren größtenteils auch bezahlen. Das heißt, das geht auch von meiner Kohle ab. Und wenn da was kaputt geht, muss ich das Teil immer nachkaufen. Und natürlich sehe ich zu, dass glücklich viel heile bleibt, wenn ich nicht gerade zu dusselig bin zum Fahren. Also sollte man auch mal so verstehen. Auch wenn sowas wie German R7 Playground oder ich das relativ professionell aufziehen, ist das in Deutschland immer noch nicht so, dass wir die Autos hinterher geschmissen bekommen. Also sehr, sehr viel, das stimmt wohl, bekommen wir auch zugeschustert. So, deswegen steht er hier auch. Aber das ist halt wirklich nicht bei allen so. Das ist, glaube ich, bei vielen noch gar nicht angekommen. Also, das Silver und auch German R7 Playground ist immer noch eine kostenintensive Sache für uns. Wir machen das nicht, um damit Geld zu verdienen. Das macht uns einfach Spaß. Das sollte vielleicht mal jemand auch so verstehen. So, genug der Worte. Jetzt geht's los. Der Jörg fragt als erstes, und die Frage kann ich nicht mehr beantworten. Die habe ich gerade erst gesehen. Wie viel Kilo genau wiegt dein Sledge und dein MT410? Das würde ich dir gerne sagen. Aber mein Sledge hat schon Tuning-Teile bekommen. Ich habe sogar schon eine Bashbar dafür liegen. Ist aber noch nicht vollgebaut. Und beim MT410, das Ding ist vollgepoppt mit Tuning und hat nicht mal Reifen momentan dran. Weil, und die Geschichte will ich euch gleich noch erzählen, weil ich gar keine Reifen für den gerade habe. Und daher ist diese Gewichtsangabe so relativ schwierig. Es ist eine Max-8-Kombo drin im MT410 und ganz viel Michael-Meyer-Tuning, ein bisschen 3D-Druck. Da ist eine Unbreakable Karo-Dwarf. Also das ist so nicht ganz vergleichbar, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr leicht. Und zu den Reifen. Ich möchte diese Pro-Line Badlands, die da drauf sind, gerne für meinen Skeeter benutzen. Dafür habe ich die auch schon abgeschraubt und zur Seite gelegt, damit ich halt demnächst mal zeigen kann, wie das so fährt. So, ich wusste aber von den Badlands mit den Desperado-Felgen in 3.8, habe ich zwei Satz und habe das halbe Haus hier auf den Kopf gestellt. Hier stehen sie sogar. Und habe das ganze Haus hier auf den Kopf gestellt nach dem zweiten Satz Reifen. Ja, nicht gefunden. Keine Chance. Ich denke, das kann doch gar nicht sein. So doof bist du doch nicht und so unordentlich auch nicht. Na ja, doch, eigentlich schon. Ja, dann habe ich nächsten Morgen, oder nein, abends direkt in unsere WhatsApp-Gruppe von der Badschool geschrieben. Ist ja, Jungs, sag mal, habe ich einem von euch einen Satz Badlands ausgeliehen? Nö, nö, nö. Arne, ich habe genug Reifen. Okay, also hast du sie. Nein, hat er natürlich nicht gehabt. So um 10 Uhr morgens kriege ich dann eine Nachricht vom Azubi mit einem Foto dabei. Völlig verdreckte Reifen. Du, Mick, ich glaube, das sind deine. Ich sage, du Idiot. Alter, die hat ja bestimmt schon ein Dreivierteljahr da liegen und gibt die nicht zurück. Der war auch schon zweimal hier und hat sie jedes Mal vergessen und sauber gemacht hat das ja auch nicht. Liegen im Keller. Ja, genau. Also, gerne sauber gemacht zu mir zurück. Und dann hätte ich die auch ganz gerne, Achtung, Product Placement. Mit sowas sauber gemacht, damit die auch wieder wie neu aussehen. Also, so wie die hier. Ich kann jetzt nicht so nah ran, sonst geht ihr mit der Lichtkegel weg. Die habe ich echt gut wieder hingekriegt, muss ich sagen. So, das mal dazu. Immer diese Azubis, ey. Nix kann er. Ja, nix kann er. Den wolltest du haben. Ja, ich glaube auch. Jan, Servus, Mick. Frage Nummer 1. Wie viele Autos hast du zur Zeit und welche werden dich verlassen? Oh. 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 Mal zählen gehen. Also, wir fangen bei den Großen an. Ich habe Outcast 8S aka Fridolina. Ich habe X-Max. Ich habe den hier. Ich habe den X-T-R21, den X-T-R22 von Coralie. Ich habe den Skeeter von Coralie. Ich habe den Buggy von, also den Python von Coralie. Ich habe den Sledge, ich habe den MT410, ich habe den ET48, ich habe den Arma Outcast 8S. Wir sind bei 11. Arma Outcast 6S, Entschuldigung. Darf ich mal eben gucken gehen? Ich habe das Really Dirt Bike. Ich habe den Traxxas Max, ich habe den Traxxas Sledge, sind wir glaube ich bei 13 oder 14. Ich habe den Dragnalo 15. Ich habe drei Indoor-Tourenwagen, also einen TT01, einen Express-M-Chassis und den Fronti. Sind wir bei 18. Wir haben noch zwei Crawler, den CC02 und den RC4WD. Ich habe, sind wir schon bei 20. Ich habe noch die beiden kleinen DF-Models, sind wir bei 22. Und jetzt bin ich raus, mehr weiß ich jetzt nicht. Wenn man möchte. Ich entschuldige dich für ein Auto, was du vielleicht vergessen hast. Ich entschuldige mich für ein Auto, was ich vielleicht vergessen habe. Weißt du, welchen ich vergessen habe? Nein. Nein, ich auch nicht. Soll ich mal gucken gehen? Geh mal gucken. Geh mal gucken. Also ich weiß es jetzt gerade echt nicht. Nimm dein Handy mit, mach ein Foto. Na toll, auch noch. So, zweite Frage. Was machen die Sunday-Driver? Bist du da noch aktiv? Mach weiter. So, Grüße an deine Crew. Grüße, Jan. Ja, also bei den Sunday-Driver bin ich nach wie vor aktiv. Ich war jetzt auch zwei Wochen leider nicht da, weil ich es einfach zeitlich nicht geschafft habe. Heute ist Mittwoch, Samstag, Quatsch, Freitag wollen wir fahren. Ja, das ist so. Ich lade auch jeden ein. Einfach mal herkommen. Einfach mal gucken. Vielleicht mal fahren. Wir beißen nicht. Wir tun noch nichts. Und das ist auch gar nicht schlimm. Und wir haben eigentlich jeden Freitag nicht mehr gespaß. Teilweise ist es sogar so, letztes Jahr hatten wir einen Tag im Sommer, da habe ich meinen Trolley aus dem Auto geladen, habe den da hingestellt, wo ich halt sitze, habe meinen Stuhl genommen, habe mich nach draußen gesetzt zu den anderen. Die hatten, wir haben dann nachher noch einen Grill angemacht und so weiter. Und so gegen halb eins abends habe ich meinen Trolley wieder genommen und bin wieder nach Hause gefahren. Ich habe nicht ein Akku geladen, gar nichts. Und sie haben einen bei uns, den Danny, ich glaube der ist schon ein Jahr nicht mehr gefahren. Aber da kommt es auch trotzdem immer wieder. Das geht halt gar nicht nur ums Fahren, sondern das ist halt auch einfach geil. Mit ein paar Männern zusammensitzen, Blödsinn erzählen, vielleicht auch über die Frauen lassen. Jetzt kann ich das ja sagen, sie ist ja nicht da. Aber das gehört halt auch irgendwo dazu. Und ich hoffe, sie kommt jetzt auch gleich mal irgendwann. Wir haben jetzt ein bisschen was geplant. Wir werden eine neue Streckenführung kriegen. Wir werden auch einen neuen Teppich bekommen. Und ja, so läuft das. Also, ich habe tatsächlich einen vergessen. Ich gehe mal dieses Regal, was da in der Werkstatt bei uns steht, so durch. Ich habe um das Really Dirt Bike, dann den Corali Python, den Skeeter, den XTR 22, den E5, den habe ich vergessen, den Max MT410, ET48, sind wir bei 7. Dann haben wir den Sledge, ist 8, Outcast 9, Kronos XTR 21, den fährt meiner Frau ist 10. 11 ist er hier, 12 X-Maxx, 13 Fridolina, 14, 15 sind die beiden Crawler, 18 sind die Turnwagen, 20 sind die beiden Kleinen. Ich habe bestimmt auch noch mehr vergessen. Dragnalo, 21, ja, so 21, 22, ich habe bestimmt noch mehr vergessen. Hier immer noch ein Auto rumstehen. Also, man muss das jetzt mal verstehen. Wir wohnen hier im Bungalow und irgendwie steht im ganzen Haus ein bisschen oder ein bisschen mehr RC. Mal mehr, mal weniger. Dann dekoriert meine Frau um, dann stehen die Autos wieder anders. Der Reaper noch. Den Reaper, aber der ist nicht fahrfertig. Also, irgendwie so knapp 25 Autos werden das so sein, die derzeit hier so liegen oder stehen oder sonst irgendwas. Ja, ist schon eine ganze Menge. Zu den Sunday Drivern, wir planen gerade eine neue Streckenführung. Wir planen einen neuen Teppich. Wir werden jetzt auf dem Frühjahrsmarkt hier im Ort, werden wir ausstellen. Das ist leider das Wochenende, wo auch Hemelsee ist. Deswegen werde ich mich am Sonntagmorgen von Hemelsee verabschieden. Das ist nur knapp anderthalb Stunden von hier. Und dann halt zu den Sunday Drivern fahren. Das wird spaßiges RC-Wochenende. Ich glaube, den Montag nehme ich mir Urlaub. Andere müssen auch arbeiten. Ja, ich dann halt nicht. Nächster. Thomas. Gibt es irgendwann noch Fahrvideos zu den kleinen DF-Models WL-Toys? Ha, siehst du? Habe ich eben noch drüber gesprochen. Ja, gibt es. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe es schon dreimal probiert. Und ich habe dreimal, es ist kein Scheiß, verzeiht es mir bitte, diese verdammten Funken vergessen. Weil ich bin es halt gewöhnt. Müsst ihr euch auf den Sonntagmorgen so vorstellen. Ich gehe nach draußen, ich mache den Komfortraum auf, lege die Rückbank um, schmeiße die Rampen rein, schmeiße die Autos rein, schmeiße meine Tasche oder mein Trolley rein. Sehe zu, dass meine Funke dabei ist, dass die von meiner Frau dabei ist, dass die Akkus dabei sind, bla 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 bla. Kamera, Stativ und was man so alles halt braucht. Schmeiße die beiden DF da jedes Mal rein, aber an diese verfluchten Funken denke ich nicht. Niemals. Das muss ich nachholen, ja. Ich habe auch schon mal einen Speedrun gemacht. Leider, leider haben wir das in zwei Teile aufgeteilt und der zweite Teil hat leider einen Pixelfehler gehabt. Was heißt ein Pixelfehler? Ein Speicherfehler. Ihr habt also nur die Hälfte von Dings gesehen. Totale Scheiße. Und das werden wir nochmal nachholen. Wenn Arno und ich sonntags Dragnalo fahren, könnten wir das eigentlich mal einmal machen. Ja, so. Timo, AK, TKRC Parts. Beste Grüße aus dem sonnigen Süden. Sag mal beim Skeeter, hast du ja auf die Coralie Combo in Klammern Max 8 aus dem 1 zu 8 da umgebaut. Jo. Hast du auch das Mitteldiff getauscht? Nö. Warum auch? Das Einzige, was ich mir jetzt besorgt habe, ist der Alu-Motorhalter vom Dementor, der halt eigentlich Plug and Play passen sollte. Ich habe es noch nicht umgebaut. Ich weiß auch gar nicht, wann ich das vor Himmel gesehen noch machen soll. Ja. Was sollte man deiner Meinung nach noch alles machen? Bumper muss man sich drum kümmern. Entweder nimmt man eure Version, wo man dieses 3D-Druckteil da einsetzt. Oder man nimmt die POS-Version, wo man den Original-Bumper quasi vorne dran schreibt. Oder man nimmt meine Version, wo man den kompletten POS-Bumper nimmt. Und ist natürlich auch die teuerste Version. Weil ich finde diesen POS-Bumper mit diesen beiden Streben, die da im perfekten Winkel zustehen, einfach perfekt. Max 10 ist zwar nett, aber irgendwie fehlt mir da der Punch und eine Max 8-Kombo habe ich ihn noch hier liegen. Liebe Grüße, der Putzteufel. Hier habe ich ja meinen Slash so dreckig, wie er war, zugeschickt. Der hat den erstmal sauber gemacht, damit er den vernünftig vermessen kann. Hast du gut gemacht. Ja, hast du gut gemacht, lieber Timo. Ja, sehe ich genauso. Also, ich sehe nicht ein, warum man in so einen 1 zu 8er und nichts anderes ist der Skeeter. Egal, was da draufsteht. Ein 1 zu 8er, Mini-Monster-Truck, eine Max 10-Kombo und ein 36er oder ein 40er, 68 Motor oder so einen kleinen Motor halt einbaut. Da hätte ich ganz gerne dann doch die Max 8-Kombo drin. Vielleicht hört Coralie ja auf mich und sagt, wir legen die da rein. Weil die haben das Teil ja da und dann ist das Ding wahrscheinlich eine Rakete. Ich weiß nicht, warum das gemacht wurde an 4S. Wahrscheinlich, um näher am Max zu sein, der ja auch nur 4S kann. Aber der kann an 4S einfach, zumindest doch, besser als der Skeeter. Das muss man echt so sagen. Timo. Castle oder Hobbywing? Hobbywing. Immer. Ist deiner Meinung nach der höhere? Nein. Der höhere Preis bei Castle gerechtfertigt. Zum Beispiel bei der 1650 KV-Kombo. Vielen Dank und eine gute Woche. Also, Castle ist immer teuer. Ist per Laptop einstellbar. Das ist total geil, wer da drauf steht. Es gibt ganz viele Leute, die das voll geil finden. Ich finde das voll scheiße. Diese Hobbywing-Geschichte, da ich gucke gerade, ob ich hier so eine liegen habe, weil ich habe ja im ganzen Haus sowas liegen. Ja. Diese Hobbywing-Dinger kann ich mit so einer Programmierkarte einstellen. Und zwar alle. Ich brauche so ein Doppelkabel hier. Das lasse ich da auch meistens dran. Hier in dem Fall nicht. Und dann funktioniert das. Bei Hobbywing brauche ich, ach, bei Castle brauche ich diesen Dongle. Den habe ich, keine Frage. Aber muss meinen Laptop mitnehmen. Brauche ein passendes USB-Kabel, weil nicht jedes USB-Kabel funktioniert. Haben wir neulich festgestellt. Alter, da bin ich mich schon wieder aufgeregt, weil ich das Kabel nicht finden konnte. Und deswegen, also mit Karte ist es natürlich viel, viel einfacher. Aber im Dragnalo habe ich ja die Max, äh, Quatsch, die Mamba-Kombo. In meinem RC4-WD ist auch eine Castle-Kombo. Eine Crawler-Kombo, die ist saugeil. Aber wieder gleiches Problem. Hobbywing, Karte dran, fertig. Da muss ich ein Laptop mit zum Crawlen nehmen. Hm, finde ich nicht so geil. Meiner Meinung nach. Aber Achtung, der Preisunterschied, ich vermute, der wird demnächst fallen, wenn die neue Max 8 G2 kommt, äh, G2, ähm, oder halt, ja auch ganz neu, die Max 4-Kombo. Alter. Ich will mal zusehen, dass ich mir vielleicht ein Demo-Teil besorge, weil ich habe da keine Verwendung für. Aber das wird ein Killer werden. Weil die Max 5 habe ich ja, dann hätte ich Max 8, Max 6, Max 5, Max 4 mal hier. Das wäre krass. Ja, das probiere ich mal, ob ich mir da eine organisiert bekomme. Da wird der Adrian wohl so nett sein, mir sowas mal zur Verfügung zu stellen. Max 8 G2 habe ich schon bestellt. Leandro fragt, wie geht es deinem X-Max mit Max 5 Umbau? Das läuft ja hier wie ein Schnürchen, ne? Max 5 Umbau, ja, mega. Steht in der Garage, ist dieses Jahr noch keinen Meter gefahren. Max ist heute sehr präsent. Ja, wer ist eigentlich Max? Ne, wer ist eigentlich Paul, heißt das, ne? Wo ist eigentlich Paul? Ne, wer ist eigentlich Paul? Wo? Wie zufrieden bist du mit dem Umbau? Also alles, was ich daran gemacht habe, hat sich bewährt. Diese Hobbywing-Kombo ist natürlich, ja, als wenn man in ein normales Auto einen Turbolader einbaut. Da geht jetzt schon deutlich, deutlich mehr. Also, das ist wie, wenn ich Fridolina fahre, die gehen mir alle aus dem Weg irgendwie. Lass mal einen Hund rein, der steht vor der Tür. Ja, warum kommt so wenig Content? Ich bin einfach bisher noch nicht dazu gekommen. Wir haben aber auch erst Ende April. Verzeiht es mir, das wird kommen. Der wird dieses Jahr definitiv noch fahren. Aber ich nehme die großen Autos dieses Jahr nicht mit zum Himmelsee. Der Plan ist, den MT410 mitzunehmen, den Coralipyton mitzunehmen und vielleicht nehme ich auch noch einen Skeeter mit oder sowas. Aber mehr als drei Autos werde ich nicht dahin mitnehmen, weil ich komme eh nicht zum Fahren. Und meine Frau kriegt natürlich ihren XTR auch dabei oder ihren Crawler. Sie hat schon gesagt, sie möchte auf Crawler-Strecke gehen. Soll sie machen, dann lade ich hier zwei Akkus, dann habe ich den ganzen Tag meine Ruhe. Klappt gut, versprochen. Ganz schönes Eis. René, hast du schon angegrillt? Nee. Ach. Nein, wir haben gar nicht abgegrillt. Kannst du nicht angrillen? Ach so. Wie kippst du das Ganze her? Genau, unser Grill steht auf der Terrasse. Relativ wettergeschützt. Und wir haben auch im November, im Dezember, im Januar, im Februar immer mal wieder gegrillt. Also immer, wenn wir Bock da drauf hatten. Ich muss auch dazu sagen, wir haben einen Gasgrill. Weil das halt einfach viel, viel schneller, viel, viel angenehmer ist. Und jetzt werden wieder einige sagen, oh, das schmeckt doch voll schön. Nein, schmeckt es nicht. Ihr merkt den Unterschied nicht. Ich habe schon Leute kosten lassen oder die, die ich mal zum Grillen eingeladen hatte. Das waren nun mal alle gut zufrieden. Jeder hat gesagt, schmeckte phänomenal. Und ich habe jetzt gerade am Wochenende, war die Bash Crew hier, das erste Mal in meinem Leben, weil ich persönlich mag es nicht so gerne, Rinderfilet gegrillt. Und das war schon spannend, weil ich das halt auch noch nie gemacht habe. Aber so wie alle sagten, war das perfekt gegrillt. Bisschen blutig, aber war wohl perfekt. Wie gesagt, Rind ist nicht so unbedingt meins. Heimik, gibt es mal wieder mehr Bastelvideos von dir zu sehen? Also, zum Thema Bastelvideos. Wenn ich mich hier hinstelle mit der Kamera und was umbaue, ist das immer ein enormer Kraftakt. Weil das halt gar nicht so einfach ist, in diesem Video, was sage ich mal eine Stunde geht, so viel Blödsinn zu erzählen, dass man nicht eine Viertelstunde nichts hört. Und dann fluche ich auch noch so gerne beim Schrauben. Deswegen mache ich das eher ungern. Aber ja, wenn ich mal wieder was habe, werde ich das bestimmt so machen. Der Jürgen. Hast du die M-Line Div-Outs und Antriebswellen für den Max schon getestet? Die Antriebswellen habe ich nicht da, aber die Div-Outs habe ich schon da. Und da ich den X-Max noch nicht gefahren bin, kann ich ihn noch nicht getestet haben. Welche Differenzialöle würdest du für ein X-Max mit Max 6 Regler und Stockmotor empfehlen? Ja. Ich sage jetzt ganz ehrlich, der X-Max ist das älteste Auto, was ich hier habe. Und regelmäßig fahre. Und noch nie gewartet hast. Und noch nie gewartet habe. Ich habe weder die Differenziale noch die Dämpfer jemals geöffnet und da irgendwas dran gemacht. Das Ding fährt einfach. Das ist eine Fahrmaschine. Der kommt, wenn Arne nicht alle meine Autos in die Tonkuhle versenkt. Tatsächlich, diesen Winter soll er denn mal eine komplette Wartung bekommen. Komplett zerlegt werden, neue Schrauben, neue Differenzialöle. Ey, alles gut bei dir? Mein Hund nieß gerade. Ja, scheinbar. Deswegen muss ich passen. Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Sascha, welches ist deiner Meinung nach das beste RC-RTR-Auto im 1 zu 8 Bereich in Bezug auf Stabilität und Ersatzteilversorgung? Ja, das ist, du hast da ganz, ganz wichtig bei gesagt, RT-RTR. Wenn du gesagt hättest, ein Kit, stellt sich die Frage gar nicht. Also als Kit würde ich tatsächlich MT410. Es gibt nichts Besseres auf dem Markt. Und Punkt, aufs Ende. Vorbei. Es gibt nichts Besseres. Ein paar Tuning-Teile müssen dann sein, wie Hauptzahnrad aus Stahl oder Alu-Servo-Horn und vielleicht auch noch eine Skidplate hinten. Oder halt diese Dämpferüberbrückung da und so weiter. Aber ansonsten braucht man da eigentlich nichts. Unbreakable-Kare drauf, geile Reifen drauf. Ich schwöre euch, ihr werdet immer Spaß haben. Und ich war anfangs sehr skeptisch zu diesem Auto. Wie ihr alle wisst, hoffe ich zumindest, dass ihr regelmäßig die Videos guckt. RT-RTR ist schon wieder schwierig. Wir haben vier oder fünf große Hersteller. Wir haben Arma. Das ist die Ersatzteilversorgung schon wieder raus. Sind aber stabil. Wir haben Traxxas. Die sind stabil. Die haben auch eine gute Ersatzteilversorgung, weil man die irgendwie an jeder Ecke bekommt, diese Teile. Da ist der Sledge momentan das aktuellste Modell. Es gibt noch einen Revo, der gar nicht mal so schlecht ist. Der mir auch immer gefallen hat und der mich verdammt wenig Defekte hatte. Dann gibt es Corali, die ja noch relativ gesehen neu auf dem Markt sind. Da würde ich jetzt so einen Kronos mal reinwerfen. Mit Sicherheit noch einen Ticken unter den anderen beiden zu sehen. Aber die haben einen anderen Vorteil. Erstmal haben die die perfekte Ersatzteilversorgung. Irgendwie, ich habe heute mal nachgeguckt, 98% der Ersatzteile sind verfügbar. Zumindest bei Pro Models, also beim Corali Distributor selber oder beim Owner ja sogar. Dafür haben die den Vorteil, dass sie einfach das beste Fahrwerk aller RTR Autos auf dem Markt haben. Das ist auch so. Ja, dann gibt es noch Team Magic. In puncto Stabilität wohl nicht da dran greifend. Auf allem die E6 Modelle mit ihren kleinen Pivot Balls. Nicht so gut. Ersatzteilversorgung. Ja, wenn man einen Händler hat, der die Teile hat, dann funktioniert das. Aber es hat halt auch nicht jeder verfügbar die Teile. Das ist wieder das Problem. Marco, hast du einen guten Tipp für 3S Lipos für den Traxxas E-Revo 2.0? Das Akkufach ist ja sehr begrenzt und die Traxxas Lipos möchte ich nicht verwenden. Das kann ich verstehen, dass du die Traxxas Lipos nicht verwenden willst, weil da kostet eine doppelt so viel wie die, die ich gleich empfehle. Habe ich die hier? Natürlich nicht. Das hätte aber klappen können. 6000 mAh Softcase M-Line 3S. Die passen da rein und die sind auch wirklich vernünftig. Ansonsten gibt es auch von Gens Ace was. Ihr werdet da aber bei 6S Betrieb nicht um Softcase herumkommen, weil alles andere funktioniert nicht. Mike, soweit ich es verfolge, arbeitet das RC Red Pack Team an neuen Rampen. Jo. Hast du das auch schon registriert? Jo. Und würdest du den Jungs beim Testen helfen, wenn sie deine Fachmeinung wissen wollen? Ja und wollen sie. Denn das Team Red Pack ist ja mit German RC Playground sehr dicke und German RC Playground hat zwei Rampen für mich bei sich zu Hause schon stehen. Das Problem ist, diese Rampen zu verschicken ist sackteuer. Am Himmelsee sehen wir uns aber. Das heißt, ich fahre ohne Rampen zum Himmelsee und komme mit zwei Rampen zurück. Geil, oder? So, und danach habe ich halt auch Red Pack Rampen. Und ich bin aber davon überzeugt, dass die Jungs wissen, was sie tun, was ich so in den Videos gesehen habe. Und die werden schon gut werden. Und dann haben wir endlich verfügbare... Ja, wir müssen noch jemanden haben, der wo man die kaufen kann, ne? Ich glaube, da weiß ich jemanden. Ich glaube, da weiß ich jemanden, der die haben wollen wird und der sich das Lager damit vollstellen wird. Zweitens, würdest du einen Creighton-Besitzer zum Sledge raten? Ja. Drittens, wie gewohnt, besonders zu später stundeschwere Kost. Wenn du alle deine Autos betrachtest und deine Familie und Freunde jeweils daneben stellen müsstest, welches Modell würdest du anhand der Größe und der Eigenschaften passend zuordnen? Quasi ein RC Memory. Oh Gott. Zum Wachhalten gerne und liebe Grüße, Mike aus Berlin. Keine Chance, kriege ich nicht hin. Also Arne würde ich vielleicht noch als Crawler ansehen. Der ist immer noch der Langsamste. Aber ansonsten, ne, weiß ich nicht. Was bin ich denn? Also dich würde ich so wie den Mustang sehen. Weil er ist der Schönste. Ne. Meiner Meinung nach schon und nur darauf kommt es, Jan. Es geht hier um meine Meinung. Es ist mein Kanal und nicht dein Kanal. Mach deinen eigenen Kanal da vorne. Es ist mein Video. Ja. So, nächste Frage, sonst werden wir hier nicht fertig. So, nächster. Ich habe keine Ahnung, wie man deinen Namen ausspricht. Ich hoffe, ich mache es richtig. Ich nenne dich mal Tunsch. Ich habe einen Arbeitskollegen, der so ähnlich mit Nachnamen heißt. Daher spreche ich das einfach mal so aus. Ich habe einen Arma Creighton 6s und 8s, ein Traxxas Erevo und so weiter. Okay, also Hardcore Basher. Jetzt soll ein neues Auto her. Arma Fireteam oder Traxxas Ledge. Welches würdest du empfehlen und warum? Ich weiß, dass die beiden nicht unbedingt direkt vergleichbar sind, aber trotzdem. Also vergleichen wir die beiden Autos mal. Du hast einmal ein Auto, der sehr, sehr nah ist am Arma Creighton. Und du hast ein Auto, was sehr, sehr weit entfernt ist vom Arma Creighton, weil das ist der Fireteam. Der Fireteam ist deutlich länger als der Creighton, aber ich glaube nur minimal breiter oder so. Hat kleinere Reifen, ist also so eine Art Desert Buggy. Jetzt musst du dir für dich feststellen oder für dich klar werden, was willst du denn? Willst du einen zweiten Creighton? Dann ist das Letzte der bessere. Oder willst du einfach was ganz anderes, eine reine Fahrmaschine? Weil ich glaube, der Fireteam ist nicht der Hardcore Basher, mit dem man da über die Rampen Wilds ausspielen kann und so. Das glaube ich aber nur, weil ich den Fireteam nie hatte. Und auch eigentlich keinen Bedarf habe, den mir zu kaufen. Muss ich auch so sagen. Ja, das muss man halt so sehen. Bei Traxxas muss man sich darauf vorbereiten, dass man vielleicht ein bisschen was am Auto umbauen muss. Bezüglich Akkus und so weiter, gerade wenn du schon Autos hast. Wobei, deine Revo-Akkus müssten da auch reinpassen. Ja, das ist mein Sinn dazu. Der Jan. Meine Frau wird gleich lachen, wenn ich das vorlese. Wie lagerst du deine Lipos? Also als ich hier ein... Nein, 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 sag's nicht. Sag's nicht, wir haben Vorbildfunktionen. Wir haben Vorbildfunktionen. Bist du eher der Meinung hochgefährlich und am besten im Luftschutzbunker, weil hochgefährlich. Oder eher der Meinung im Store 3,8, 3,85. Keine besondere Gefahr. Sprich Lipo-Back eventuell noch in eine Kiste und gut. Ich persönlich finde, man sollte einfach nur wissen, wie richtig geladen, entladen wird und dann Lipo-Back und eine Kiste zum Lagern, weil nicht so gefährlich, wie oftmals behauptet wird. Vielen Dank, Gruß Jan. Also, die Lagerung von meinen Lipos. Wir haben im Garten ein großes Loch gebuddelt. Da liegen die Lipos alle schön aufgereiht hinten drin. Jeder mit Hitzesensor, mit Lipo-Cut-Aufsensor, falls da eine Spannung einbricht. Und wir haben natürlich eine Brandmeldeanlage installiert, dass, falls ein Lipo mal hochgeht, sofort der Sauerstoff entzogen wird. Diese Brandmeldeanlage ist mit der Feuerwehr hier im Ort gekoppelt, damit die sofort losfahren kann. Damit wir der nuklearen Invasion komplett entgehen können, falls mal ein Lipo hochgeht. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ich sehe das total entspannt. 3,85, je nachdem ist so das, was man an Lagerspannung haben sollte. Das stimmt. Ja, komm ruhig her. Das stimmt und das sehe ich auch zu, dass das bei meinem Lipos eingehalten wird. Ansonsten sehen, riechen, vielleicht auch hören. Wie geht es euch an Akkus? Sehen, wie sehen die aus? Das werden die Hardcases langsam rund riechen. Wenn das so süßlich riecht, dann würde ich die vielleicht auch nicht mehr im Haus aufbewahren. Wir haben, das ist jetzt kein Witz, wir haben gerade eine Feuerschale. Und wenn wir einen defekten Lipo haben, den kommt er erstmal da rein und bleibt er erstmal zwei Wochen drin liegen, bevor ich den zur Deponie fahre. Ansonsten bin ich da vollkommen entspannt. Ich habe neulich alle Lipos mal durchgecheckt. Denen geht es allen gut. Zwei davon, drei davon musste Arne mitnehmen. Die waren aber auch schon ein bisschen was älter. Hey, Schnuffi, guck mal hier. Willst du mit was machen? Guck mal hier. Nein, lass den. So, ach dich. Guck mal, da ist der Käpt'n. Alles gut? Ne? Nein, es ist gerade schön, dass er gerade zu diesem Thema kommt. Weil Wuffi ist ja doch schon mal ein, zwei Stunden alleine mit den Akkus. Da kann er auf gar keinen Fall ran. Nicht, dass so ein Hund da mal drauf rumbeißt. Unser Mann würde das nie machen. Aber es gibt ja andere Hunde. Sicher aufbewahren, vor Tieren und vor Kindern schützen, damit da keiner ran kann. Habt ein Auge drauf, wie die Spannung ist. Ein Bekannter von mir kam neulich zu mir und sagte, sag mal, du hast doch so ein geiles Ladegerät. Ich weiß immer was, ich weiß jedes Mal, was dann kommt. Kannst du mal gucken, ob du den Akku wieder refreshed kriegst? Ja, kommt immer her. Angeschlossen, abgesteckt, ihm wiedergegeben, Tonne. Warum? Ja, sag ich, der Akku, der 2S, hat 1,1 Volt. Lagerspannung wäre irgendwas bei 7,6 oder so. Okay, Thema erledigt. Habt Augen drauf, wie die Akkus aussehen. Sind sie beschädigt, also offensichtlich beschädigt, dann haut die Dinger weg. Ansonsten macht er nicht so viel, warum Berührung drum. Wenn ihr natürlich besser schlafen könnt, wenn ihr euch im Garten Luftschutzbunker mit Brandmeldeanlage zur Convection zur Feuerwehr macht, machen. Auf jeden Fall, hab ich nix bei. Aber macht den Leuten auch nicht so viel Angst, dass die Dinger brandgefährlich sind. Bei falscher Handhabung sind sie das mit Sicherheit, aber ganz so schlimm ist es dann doch nicht mehr. Ein vernünftiges Ladegerät ist erstmal viel, viel wichtiger. Sascha, deine Meinung zum neuen Hobbywing Max 4? Roman ist der groß. Irgendwie zwölf Zentimeter langer Motor. Ein Regler nochmal größer als Max 5. Ich bin gespannt, wann Jonas einen Reglerhalter für dieses Ding, für den X-Max gebaut hat. Und ich vermute mal, dann können wir den nicht in den Mond schießen, sondern zum Mars. Neptun. Weiß der Geier was. Also das Ding ist schon echt böse. Ich schätze aber auch mit Preisen von 400 Euro pro Combo. Das ist aber nur eine Schätzung derzeit. Werden wir sehen. Noch ein Jan. Der fragt nach einem BIEP D6 Pro oder gibt es eine Alternative in dem Preisrahmen? Also die Marke BIEP kann ich leider nichts zu sagen. Wenn man die Marke BIEP im Video erwähnt, kann das passieren, dass man ein Abmahnschreiben vom Rechtsanwalt bekommt. Und um das zu verhindern, habe ich das halt über BIEP. Deswegen wirst du keine Empfehlung zu dieser Marke bekommen. Ich empfehle dir ESDT K2. Ist ein ähnliches Ladegerät, basiert auch auf der gleichen Technik oder die Ableger dazu. Letzte Frage für heute. Der Ronny. Welche 8S Combo kannst du für den Mojama empfehlen? Gibt es ja noch nicht so viele. Entweder gibst du die Castle, die ZDW oder die Hobbywing. Musst du schon Max 5 nehmen, weil Max 6 mit 1650 KV ist nicht 8S zugelassen. Das heißt, du hast da 1100 KV im Mojama. Nimm ein schön großes Ritzel und dann wird das auch gehen. Garantiert. Zu Castle kann ich nichts sagen, weil ich keine Erfahrung damit habe. Also wirklich gar keine. Und genauso wenig zu ZDW. Da hat allerdings Arne Erfahrung mit und die waren nicht die besten. Ist so. Ja, das war das FAQ für heute. Vielleicht mal ein bisschen interessanter ausgeführt als sonst. Frauchen war auch dabei. Ich habe ja immer wieder Kommentare, dass sie bitte mehr kommentieren sollen. Was haltet ihr denn davon, wenn das FAQ Mai meine Frau macht? Das wäre auf jeden Fall mal witzig. Ja, wir können das ja so machen. Ihr markiert die Fragen, die meine Frau beantworten soll. Sie braucht ja nicht vor der Kamera stehen. Sie kann ja hinter der Kamera stehen und die Fragen beantworten. Und die anderen Fragen mache ich dann halt. Das wird mal spannend. Das machen wir im Mai. Ja, das wird gut. Da freue ich mich drauf. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Das sind wir aussehen. Ciao, ciao. Bye, bye. Bist du doof? Das lasse ich dritten. Nein, ernst. Wer ist eigentlich dieser Ernst im Augenblick? Ja.